Übrigens, das habe ich euch gar nicht erzählt, ich habe gestern von YouTube eine E-Mail bekommen, das ist geil, entschuldigen Sie bitte, wir mussten folgendes Video mit einer Altersblablabla belegen, also dass es ab 18 ist, also nicht die freie Inhalte enthält, und ratet dir erstmal, welches Video das ist. Erzähl. Dark Souls? Nein, es ist einfach der erste Part von dem Let's Play von Let's Play God of War, Chains of Olympus. Jetzt, nach keine Ahnung wie vielen Jahren, denkt sich an YouTube so, hm, okay, das enthält eben... Irgendjemand hat uns ja Let's Play von God of War gesehen und das für alle Kinder geeignet. Aber nur der erste Part von God of War. Die anderen sind vollkommen okay. Ne, ich glaube, es ging um die sexuelle Darstellung oder irgendwie so stand er dabei, weil in dem ersten Part von God of War, Chains of Olympus kommt diese Sexszene mit den Frauen. Oh. Mit den Persischen. Ähm, Leute, ich habe hier was gefunden, was uns eventuell einem Drimmer näher bringen könnte. Wo ist er jetzt hin? Oh, fuck, oh, fuck. Gruber rennt schon. Der war doch vor kurzem noch hier und hat mir eine Bombe gegeben, Arsch. Wieso ist Gruber so? Wo ist er denn schon wieder? Er hat schon wieder umgedreht. Lade, ich komme. Oh, shit, shit. Tim, was ist das? Oh, fucker. Das ist mir, da kamst du aus dem Nichts. Ich habe es genau... Fucker. Oh, das ist... Aufhörter, auf mich zu verprügeln. Ah, Hilfe. Gruber, da kommt er ganz langsam in die Ecke. Gruber. Glaubst du da. Wenn das jetzt wegen dem Haltang ist, dass du dir die Zeit lässt, ich muss es wieder tun. Okay? Hey, Feuer. Danke. Oh, nee. Nee, nee, nee. Ist da drüben. Ich habe irgendwas erwischt. Geh, zurück zu Daniel. Ich spiel. Du hast da was gesehen. Ja, ja, ich habe was. Ah. Warte mal kurz, ich brauche kurz die Heilung, die hier ist. Aber es sind auch zu viele erschienige Typen. Ich gehe zurück. Nein. Gib mir das kurz. Okay, warte. Gib mir das dann, ich bin vollgehalten, okay. Ich komme, Jungs. Kommt zu mir. Unger, tunger, bunger. Oh, nein, 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 Pascal, nicht. Nein, nicht. Nicht. Nee, nee, nee. Nein, jetzt. Gott, dammit. Er hat 360 gemacht. Er hat 360 gemacht. Schaut euch das hier an. Es könnte uns zu einem Grimoire führen. Was? Diese Kerze mit dem Zeichen daneben, die man anzünden kann. Ja. Ich gehe mal davon aus, es wird noch mehr davon hier in dieser Area geben. Also halten wir die Augen auf nach Kerzchen. Ja, ich habe so das Gefühl, dass das so ein Ding sein wird. Aber wo und wann? Ja. Und warum? Ja. Und wo? Das ist ein schöner Bauch. Das Problem ist, dieses Gebiet ist schon wieder so groß. Das hier an jeder Ecke irgendwas sein könnte. Ja, ich gucke hier gerade mal schon so vorsichtig, aber ja. Oh oh. Irgendwo ist ein fett Storber. Bist du denn, du? Bist du ja diese Trommelgeräusche da, die hören sich irgendwie nicht so gut an. Das erinnert mich ein bisschen an diese Ork-Armeen aus Zeit der Ringe. Ja, ich habe ihn umgebracht. Danke gut. Ja. Jesus. Ah, das ist aber auch riesig hier. Ja, sechs Trommelgeräusche. Also. Wo ist er? Wo ist er? Der Assassin. Der Assassin, hier. Okay. Ah, wie soll man denn hier irgendwie so ein paar Kerzen finden, ey? Nein, ich brauche die Po-Killelier. Was ist denn da hinten? Warte, da, aber nicht schon irgendwas sein. Ich glaube, wir haben den Ansatz entdeckt, aber, ja. Ah, nein. Ja, wir sind schon wieder in den Zuhause, Bulli. Naja. Vielleicht weil da vorne oder wenn du das nicht... Also noch ist das Gebiet ja nicht vorbei. Ja, hier vorne ist ja alles noch... Ist ja alles noch ein Teil des Gebiets. Hm, na. Ja, klar, ich verletze ihn und du tötest ihn. Ist ja klar. So, ich seh schon, da oben ist das Lager. Deswegen diese Trommelgeräusche. Ja, hier oben ist noch verwüstete Kunst. Ja, okay. Gut. Also, da. Ist ja klar, ist ja klar, ist ja klar. Das ist schön, meinst du Zwerg. Ich habe einen Armbrustbolzen auf ihn abgefeuert. Das gehört auch noch alles zum Gebiet dazu. Wollte mich verarschen, wie groß ist die Scheiße. Kein Bock mehr auf die Kacke. Na, 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 so was macht wohl nicht mit dem Fass. Das hat das Konsequenzen. Siehst du jetzt, ist das Ascine da. Ah, du musst mich erwähnen, Dani. Das bist du, Daniel. Das bist du, Daniel. Du bist... Sonst, ja, haben wir ein Problem. Nö, wir haben kein Problem. Ich meine, die Turms haben wir alle gefunden, aber es schadet, dass wir den... dieses letzte Grimoire-Rätsel... irgendwie... zwar entdeckt haben, aber nicht fertiggebringen konnten. Nö. Nothing. Mensch, das Horn hat aber jetzt lang geblasen, du. Let's gooo. Oh. Oh. Okay. Fat man, where did you run off to? Woher denn? Da. Wir haben aber auch nicht mal irgendwie eine zweite Kerze. Meiner! Ach, was weißt du nicht. Dann müssen wir weiter. Jo. Ich hab's geboopt und jetzt fährt's. Oh mein Gott, ganz ohne dass wir was machen. Ach nee doch nicht. Wir müssen was machen. Wenn das Ding ich immer wegpushen würde. Okay, ich geh jetzt da hoch. Oh meinst du denn, ey. Mach dich ab hier. Ist das was? Ammunition for those who need touch. Ist das was? Ammunition for those who need touch. Nee. Ich will ammunition. Oh, Bomben. Kommt her hier. Kommt her. Nee, da ist nix. Immer schön in eine Nähe von dem Riktor. Was nicht da. Nein, Packmaster. Wir werden das noch mal. Ich bin der Gettling an dieses Ding. Jetzt geht das Ding wahrscheinlich durch einmal vor und zurück und das Tor ist zerschmettert Oh ne doch nicht Was ist denn los hier unten? Ah jetzt ist er auch Ich bin in den Palisade von Maggetime You maggots Gotcha bitch Schleifstück Ach ich habe ihn Schleifstück ich glaube ich habe jetzt nicht gerade irgendetwas getätet ich glaube ich wer ihr freundet folie du spielst das ist die jenst alle freundet sind hier und bern ok die schleifsteine die man drehen kann aber ich habe keine ahnung ob das in irgendeiner Art und Weise wer seid ihr eigentlich? das geht nicht ok dann gehen wir einfach weiter oh wow wie weit sind wir denn schon hier? hehehe so viele Bomben so viel Spaß so viele verbrannte Leiche davon kriege ich gar nichts mit hier hinten hey ich bin nach deinem Problem ja überfeeds my addiction mit Bombs ja was soll ich denn für eine Bomben geben? will er auch machen ok jetzt halten wir direkt alles voll gespammt mit Bomben aber ich hab immer noch ein Fass au das ist kaputt gegangen auf dein Facken ich hab immer noch Bomben ha 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 da? bei der macht Kunst da war doch wohl bei der macht's Kunst ach ne ich weiß nicht Wären die Turms und ja gut die Turms in dem Level waren genauso leicht versteckt aber wären die Grimores mehr so leicht versteckt wie die Kunst haben wir jetzt das ganze Lager ausgelöscht oder was? noch nicht ein paar sind hier noch so ein paar Spinner ja wie können denn drei Leute ne vier Leute ein ganzes Lager ausrotten voll mit Gegnern ne einer davon ist Marcus Gruber ja ok das sollte ja schon alles erklären der Kuh er macht alles aber gehts hier in den inneren Ring Typical Scunner Cheers Typical Scunner Cheers ja of course this is an Arena Ah that's better I thought I was done for Böd was beat of trials Oh Böd was grube der Prüfung Ich glaube das ist jetzt der Barbaren End Boss Moment warte warum haben wir nur zwei ahja ok ok ja mein ranziger Drecksack ahja was warum was ist das ah der macht aber ordentlich Aua Aua ja oooooh oooooh oh Gott grober faints oh eh ah 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 fucker ah shit oh shit Hilfe Er hat's auf mich abgesehen, glaube ich. Ah, jetzt holt er seine Atzen dazu, ist ja klar. Ja, er hat gesehen, dass wir ihn verprügeln. Aber das ist kein Problem für mich, weil... Was macht das? Er steckt voll mit irgendwelchen Sachen, ey. Können wir ihm überhaupt schaden, mit den Fernkampfen... Wirft eure Bomben, ihr Idioten! Ich hab doch schon meine Bombe gebaut. Ja, Pascal nicht! Wirft deine Bombe, du Idiot! Okay, Heilung, danke, das... Au! Oh, shit! Er ist auf dem About. Oh, Jesus! Warte! Okay. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, nein, nein, nein! Oh Gott! Noch eine Pause. Mach du mal! Schnell! Schnell! Grubba, du bist unverbumpen, weil du schaffst das! Oh Gott! Oh Gott! Jesus Christ! Der Typ ist wahnsinnig. Oh shit. Wow, ja klar, ich war nicht mal in der Nähe, das ist ja richtig. Oh Gott. Okay, ich versuche mich mal zurückzuhalten. Und falls jemand von euch drauf geht, kann ich es immer noch wieder leben. Das ist schrecklich, das habt ihr ganze Willkopf. Warte, meine Special-Fähigkeit ist, wenn ich baue. Nein. Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es kam ja vor mir. Nein, scheiße, das war nicht mein Plan. Er hat seine Axte haben ihn geworfen. Oh nein, das ist ein traumatischer Ding. Oh Gott, ich lecke ihn ab. Ich habe ihn ab. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Au. Oh Gott. Oh, du sagst es. Oh Gott, du sagst es. er hat er noch mal zwischen Wichtigkeit Sektor wurde ein Aufmerksamkeit haben Blütschern auch wieder auf Arthof und zwei Monate und Prozent das war es kaputt machen Wir müssen hier raus. Wo ist der Oskar? Da ist der Oskar. Oh, okay. Du bist glaube ich, dass es der Oskar ist. Ja, das ist der Oskar. Das andere ist ein Oskar. Ich renne ja schon. Da vorne. Ja man, genau hier Ich hab sogar noch einen erwischt Ja, wo kommt der hier? Ja, rein, step into the light, lads! Ich zieh mich im Wasser an Ok, für einen Molzen lädt er nochmal neu nach, dann ist gut Ok, rein nach Ach, rein nach, bevor ich vorgehe Bevor du warst? Er kann nicht sterben, er kann nur ganz viel Leben verlieren Und dann hat er noch so, so wie ich gerade We did it! Jetzt Untertitelung des ZDF, 2020